In welcher Sportart soll Herr Anwalt gegen Lascha antreten? Der Bosskampf im Herr-Anwalt-Spiel startet mit einer Runde Völkerball. Es soll aber mehrere Stages geben. Für die nächste Stage habe ich drei Ideen. Entweder eine Runde Volleyball, die dann hoffentlich irgendwie so cool Haikyuu-mäßig wird. Ein Wettrennen, bei dem ihr dann irgendwelchen Hindernissen ausweichen müsst. Oder Lascha verfolgt euch mit einem Mattenwagen und wirft euch dann mit Bällen ab oder so und ihr müsst irgendwen kommen. Haut mal in die Kommentare, was davon ich machen soll oder schreibt eure eigenen Ideen.